so hallöchen und willkommen zurück bei Elite Dangerous nach der letzten folge wollte ich eigentlich direkt noch eine aufnehmen habe ich auch gemacht ging nur noch sieben minuten gut und dann hat es mich raus geschmissen aus dem spiel erst mit dem leichten verbindungsfehler dann kam ich aber noch mal rein und dann ging es aber direkt wieder raus aus dem spiel naja jedenfalls neuer tag neues glück und ich hatte mich auch gestern dann endlich mal mit vodafone beziehungsweise ich habe meinen vertrag bei kabel deutschland eigentlich wie gesagt all die jahre nie die probleme gehabt und seitdem das von vodafone übernommen wurde musste ich mich jetzt halt mit vodafone in kontakt setzen oder in verbindung setzen um die geschichte mit der ip mal zu klären so jedenfalls hatte ich dann gestern recht kompetenten mitarbeiter am telefon der meinte ich regel das ich gucke mir das an hat sich von mir alles angehört hat mir auch nicht irgendeinen scheiß erzählt wie dir das gerne mal so machen und da ich ja ein bisschen klug ein bisschen konnte ich klug scheißen durch sachen oder mit sachen die ich von euch erfahren habe vielen dank dafür oder meint er kümmert sich drum hat sich da noch mal mit einem mitarbeiter beraten und meinte er würde das beheben also bin ich mal gespannt ob da jetzt in den nächsten tagen noch mal was kommt die meinten die melden sich noch mal bei mir schauen wir mal so als erstes okay das ist bloß ein schiff der systembehörden alles gut dann können wir wieder umstellen auf waffen frachtluke auf erzucker raus und dann holen wir das letzte parenit rein denn gestern als ich den verbindungs fehler hatte hatte ich gerade in dem moment ein paar enid brocken gefunden nicht mit vielen prozent bloß mit sieben oder acht prozent aber ich weiß nicht könnte ich noch was einsammeln wir waren bei acht parenit ist es auch geblieben aber auf 93 prozent also es fehlt nicht viel gut also holen wir uns das restliche parenit noch und wir machen den frachtraum so noch ein bisschen voll es ist nur noch heute die folge mit bergbau keine sorge also bloß noch die zehn parenit auf jeden fall werden wir die denke ich mal kriegen wir machen so lange bis wir die haben wenn wir die vor den 20 minuten schon voll haben dann sammeln wir einfach so noch ein bisschen kram wie zum beispiel palladium super und ja verkaufen das dann an der station wo ein bisschen geld kriegen ich würde dann ich muss mal gucken wie weit das dann weg ist von hier bis zur founders world es könnte gehen dass es nicht so weit weg ist aber ich vermute mal dass ich vielleicht die amerikaner und umsteigen oder mal schauen jedenfalls gibt es jetzt dann auch wieder neues community event da muss man und welche schiffe aufhalten ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher worum es geht da müssten wir dann noch mal schauen wenn man eine station gedockt sind da würde ich eventuell mit der corvette weitermachen dann aber die könnten wir unter umständen dann erstmal dort abladen für diejenige für die das parenit ist denn die kann ja dann die rumpfilm verstärkung bauen moment wir schauen noch mal nach wo ist es denn jetzt hier unten die letzte genau rumfüllen verstärkung und panzerung in cook 134 lichtjahre das packe ich nicht mit der corvette nicht mit der cutter nicht ohne nachladen ohne nachtanken und doch das würde gehen das wären sechs sprünge eventuell ein bisschen weniger wenn ich hier in der nähe würden wir würden noch mal zwischen landen auf jeden fall und erst mal weiter und den ganzen anderen kram halt irgendwo verkaufen und dann nur mit den zehn parenit dorthin fliegen wie gesagt entweder ich tausche dann das schiff mal schauen können sie auf halbem weg irgendwo eine station raussuchen die hightech station wo dann auch gute preise bekommen für die ganzen rohstoffe die wir gerade hier abbauen also zweimal parenit eigentlich einmal fehlt noch und nur noch sieben prozent 93 prozent sind noch in der raffinerie also überhaupt nicht mehr viel fehlt nicht mehr viel ja dann würde ich noch mal was zu diesen paks trailer zu diesem unknown trailer erzählen ich hätte gar nicht damit gerechnet dass die noch mal so ein trailer jetzt raushauen gerade jetzt wo 2.3 fast in den startlächern steht gestern in der folge übrigens dass die serverwartung war die ganz normale serverwartung die jeden donnerstag stattfindet da habe ich einfach nicht dran gedacht danke für den hinweis und ja jedenfalls zu dem paks trailer der macht mal echt bock auf mehr und ja ich hatte dann auch noch irgendwo anders gelesen dass es wohl dann auch alien ruinen bzw keine alien ruin so alien so was in der art zu erkunden geben soll bin ich mal gespannt also der trailer war nicht schlecht hätte auch von mir sein können kleine späßchen mit aber wirklich gut gemacht und macht richtig bock auf mehr und ich hoffe ja dass dann vielleicht wieder so ein neuer missionstyp dazu kommt halt diese geschichten dann zu erkunden ich hoffe nicht so ausdehnend wie das mit den alien ruinen war die 101 datensätze da irgendwie zusammen zu suchen mit irgendwelchen anderen dingen vorher sammeln und da ewig viele stunden rumprobieren und sowas das hoffe ich nicht sondern ein bisschen einfacher vielleicht was dann halt auch deutlich weniger geld bringt aber wieder mal was neues und ja ich denke das soll uns darauf vorbereiten auf die aliens die targoiden die wächter die guardians dasselbe müssen wir mal schauen was es sich dann genau handelt und was da noch passiert aber der war wirklich gut hat mir sehr gut gefallen na gut jetzt hoffen wir mal dass wir hier in der nächsten viertelstunde noch ein bisschen Paineid finden wenn nicht dann wir machen auf jeden fall dann weiter bis wir das zusammen haben es kann ja nicht so schwer sein gestern die folge natürlich ganz zum schluss dann diese 43 44 prozent paineid war ja wirklich super auch nicht wieder wenn wir drüben vielleicht der ganz kleine ich weinte guten morgen ist ja noch früh am tag eine weile dachte ich dann immer okay dann vielleicht doch eher bei den kleineren brocken die so ein bisschen weiter weg sind aus diesem planetenring also sprich ein bisschen ober oder unterhalb kommen die oft vor da oben sind reichlicher mal kleiner oder unterhalb halt ach guck mal da ist Paineid drin das palladium drin und samarium auch nicht verkehrt nehmen wir das mit wunderbar palladium knapp 40 prozent wieder hatten wir doch vorhin auch ne wie viel palladium haben wir denn dabei 20 mal das ist gar nicht so schlecht vielleicht kriegen wir doch mal so ein prozent pünktchen zusammen in sachen handelsrang wäre ja nicht verkehrt so Paineid durften wir mal gucken reicht vielleicht schon für die 10 ich weiß jetzt nicht ob ich es in der folge gestern angesprochen hatte oder in den sieben minuten acht neun minuten mit verbindung mit neu verbindung die ich gestern eigentlich aufnehmen wollte die ich dann gelöscht habe weil es war keine ganze folge und das zusammenschnippeln wollte ich dann auch nicht das war mir dann auch zu blöd deswegen mache ich es jetzt einfach noch mal weiß nicht ob ich das halt in der oder in der gestrigen normalen folge angesprochen hatte dass wenn 2.3 live geht dass wir das dann gerne mal probieren können mit dem multi crew jetzt auf dem beta server muss ich es erst mal nicht haben sondern Resodym 48 prozent 30 mal palladium das ist gut das ist sehr gut das hat immer so eine geschichte palladium hat man meistens sehr sehr viel dabei weil wenn man dann wirklich auf die suche nach den hochrangigen Metallen geht kommt halt dann schon meistens palladium platin dazu dann wie gesagt ein bisschen weniger dann immer mal noch ein paar enid mit aber palladium ist schon wirklich oft dabei oder halt auch gold silber hier gold 36 prozent das nehmen wir jetzt auch einfach mal mit wir haben noch ein bisschen platz im frachtraum 132 drohen haben wir noch das heißt wir haben 72 tonnen 74 tonnen an materialien an metallen und ärzen schon dabei was ich auch cool fand damals schon dass die dass die laser strahlen der abbaulaser halt auf den brocken so ein bisschen was hinterlassen und bei den eisbrocken sieht das ja ganz gut aus aber da hatten wir doch das damals in der 1 beta war das die 2.1 oder 2.2 beta 2.1 beta muss das gewesen sein wo man dann auch in eisringen endlich abbauen konnte wo es dann diese niedertemperatur diamanten für viel geld gibt aber die sehr sehr selten sind viel seltener als paar enid und wo es dann erst mal so enorme zumindest bei mir war das so enorme performance probleme gab wenn man abgebaut hat an so einem eisbrocken weil dann extrem viele partikel von diesem brocken davongeschossen sind und dass jedes mal die performance und fast die hälfte in die knie gezogen hat bei mir naja das ist mittlerweile nicht mehr so die hatten das ja dann tatsächlich angepasst dass da nicht mehr so viel rauskommt oder die beziehungsweise den effekt so ein bisschen leistungsoptimiert haben das war auch dringend nötig das wäre echt übel in der beta das ging fast gar nicht so die drohnen sind noch aktiv wäre ganz geil wenn es so ein timer gebe der anzeigt wie lange die drohnen noch halten also zwölf minuten halten die 720 sekunden also schon recht lange ich meine ich habe gut hier rechts mein timer da kann ich das jetzt ablesen aber wenn ich den jetzt nicht hätte fände ich es nicht schlecht wenn man zumindest hier bei der feuergruppe links noch so ein runterzählenden timer hätte wie lange die noch ungefähr halten so haben wir denn eigentlich vorhin das zehnte parenid ja das haben wir zusammen bekommen zehnmal parenid ist zusammen ich würde sagen wir machen trotzdem noch ein bisschen und dann der nächsten folge geben wir das alles ab gold hier oben war noch mal kleinere brocken nehmen wir die noch mal mit das ist auch immer so die qual der wahl man ja wo fängt man an wo hört man auf die brocken an zu pieksen gold ich habe ja ich habe ja schon wirklich viel bergbau gemacht würde ich jetzt mal meinen also ich kenne andere verhältnisse nicht von anderen komanen aber ich würde trotzdem denken dass ich schon oft bergbau gemacht habe mit 10.700 raffinierten mineralien und die 6000 knapp 6400 gesammelte materialien das sind die dinger hier hinten hier was gibt es hier oft kohlenstoff haben wir ein bisschen hier nickel phosphor solche geschichten bekommt man hier immer mal raus und ja 10.768 nicht zugewiesen oder mal der haut was nicht hin in der raffinerie bertrandit schmeiße ich mal raus galli taue ich mal raus kein mensch indiet auch aus so jedenfalls das ist schon eine ganze menge würde ich mal denken könnte da gern mal wer da mehr hat oder oder ähnlich viel gern was dazu schreiben da weiß ich überhaupt nicht wie ich da so im schnitt liege so und gleich werden wahrscheinlich unsere sammler den geist aufgeben ich piekse schon mal die nächsten an den großen da drüben so gold dürften wir jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen was dabei haben 32 mal gold ich glaube wir bekommen auch eine nachricht rechts oben wenn die kaputt gehen platin hallo haben wir schon platin dabei fünf mal so wir dürften gleich die mücke machen platin nicht zugewiesen was ist denn hier drin ist hier galli drin ich weiß es nicht schmeiße ich den mist regelmäßig mal raus bertrandit auch raus ah ok gut platin neunmal so wählen wir die nächsten aus hier drüben gleich ich denke bergbau ist immer so die geschichte wenn man vielleicht mal gerade nicht so wirklich weiß oder oder auf irgendwas lust hat im spiel und so nach dem feierabend oder am abend noch mal schön ein stündchen in ruhe irgendwas machen warum nicht bergbau natürlich nur wenn man in der nähe ein gutes system hat wie zum beispiel in toluku wo ich ja eigentlich immer bergbau die letzten male gemacht habe und man nicht ewig weit suchen und fliegen muss kann man das ruhig mal machen es macht schon spaß mir gefällt es eigentlich gerade jetzt seitdem es die drohnen gibt früher war das ja der absolute hasst jeden brocken noch einzusammeln ich meine gut da war mir das gewohnt ich hatte mir dann aber trotzdem immer schon mal sowas gewünscht wie es das jetzt halt gibt dass es jetzt noch so eine so eine erz suche drohnen gibt auftrag kriegseinsatz das hätte bekloppt wir sind hier heute mit meiner pazifistischen cutter unterwegs da kann ich nicht kann ich kann nicht lange drauf ballern mit meinen drei abbaulasern es gibt ja auch diese lanzen abbaulaser die ein bisschen schaden machen hier nochmal palladium 40 prozent das sind immer so ein kleines bisschen wie lotto ist es ja immer mit dem bergbau freut man sich natürlich jetzt bei 40 prozent palladium das eine ganz feine sache silber ist auch noch ein bisschen drin bertrandit dieser mist wieder bertrandit bringt aber glaube ich auch ein bisschen was zweieinhalb tausend sogar gallit ist viel schlimmer Drohne Ne was ich sagen wollte zu denen wer das vielleicht gar nicht weiß halt da wird wieder irgendwas nicht zugewiesen Moment palladium oh was ist denn alles schon erschöpft Wer das vielleicht gar nicht weiß mit den erzsuchen die sind schon recht wichtig denn durch die erzsuche sieht man nicht bloß was im brocken drin ist sondern man kann auch deutlich mehr abbauen als es ohne erzsuche ist also wenn ich so auf dem brocken schieße auf dem asteroiden schieße kommt deutlich weniger raus als wenn ich den vorher mit einem erzsuche angepiekst habe das war dann noch zusätzlicher bonus den die dann mit dem patch weiß ich nicht welcher das war wo die den wo die die sammeldrohnen und die erzsuche hinzugefügt hatten das war dann noch mal so ein zusätzliches ding was ich richtig gut fand da war ich ja eh sehr sehr begeistert von dem patch gerade wegen der geschichte das ist eine feine sache so das ist immer schön so drei brocken vier brocken auf dem haufen noch mal 13 prozent palladium da schauen wir noch hier rein links hier noch mal rein 40 prozent samarium bringt halt auch 6000 kommen das nehmen wir jetzt einfach noch mal mit damit wir den frachtraum ein bisschen füllen und die erzsammler was zu tun haben wenn das jetzt hoffentlich vielleicht irgendwann jetzt demnächst mal wieder klappt mit meiner internetverbindung kann ich auch mit dem anderen account endlich mal wieder auf eine schön lange erkundungstour gehen wenn ich dann immer bloß wenn das immer bloß eine stunde klappt und das spiel haut mich dann halt raus das hat es mir immer so ein bisschen versaut die letzten wochen deswegen konnte ich immer nicht bin bloß so um die vielleicht höchstens mal 1000 dicht jahre gekommen mehr nicht und dann war schon wieder vorbei naja ich bin guter dinge dass sie das vielleicht jetzt ändern bei mir und das dann wieder funktioniert so kommt da noch einer hin machen wir ein bisschen länger heute 231 123 tonnen haben wir jetzt dabei an sachen die wir verkaufen können ein bisschen mehr sogar komm schon noch mal so ein fetter palladium brocken oder painit oder platin würde mir schon reichen dass ich dann sage gut das ist ein schöner abschluss jetzt können wir gehen ja man will aber nicht mit einem mit einem schlechten letzten ergebnis aufhören ich vergleiche es jetzt immer mal mit das ist beim bergbau so dass ich jetzt hier nicht beim letzten brocken mit mit galit aufhöre sondern dann schon wie gesagt mit etwas besserem das ist auch so wenn wir basketball spielen bevor wir den platz verlassen muss jeder mindestens noch mal einen schönen dreier geschmissen haben dann können wir gehen dann kann man ruhig schlafen dann war das ein schöner abschluss und so ähnlich ist es halt hier auch ne er sei denn natürlich die drohnen gehen einem aus da muss man dann gucken wie man es macht mit einer galit was ist denn hier los gerade so eine kleine galit echse äh echse die galit echse äh galit ecke aber wir haben hier sehr viel ruhe vor piraten eigentlich komplette ruhe vor piraten denn hier ist noch ein da ist unser perfekter abschluss würde ich sagen hohohoho das ist ja super 40% petenit wunderbar da machen wir vielleicht jetzt auch noch mal so acht bis zehn petenit dürfte da noch mal bei raus kommen das ist eine feine sache die sammeldrohnen sind halten wahrscheinlich auch noch drei vier minuten also das passt wunderbar da bauen wir das jetzt ab ich suche nach einer hightech station bzw. nach einem hightech system in richtung des nächsten ingenieurs wo wir die 10 Paenit dann auch abgeben wollen. Oh, hier ist echt viel drin. Hier ist wirklich viel drin. Also wir könnten locker nochmal 10, vielleicht sogar 12 Paenit jetzt rauskriegen. Man sieht das immer daran, um wie viel Prozent die verbleibenden Mineralien runtergehen. Das sind so zwischen 1,8 und mal 3, irgendwas Prozent. Und hier ist es relativ wenig. Das heißt, es kommen viele Brocken bei raus. Mal gucken, 17 haben wir schon, wie viele noch bei rauskommen. Und in der Zeit, in der die hier noch einsammeln, gucken wir mal. Wirtschaft. So, irgendwo hier auf halben Wege, da oben wäre eine Hightech-Station gewesen. Da auch hier. 29,3 Millionen. Wo war das jetzt? Hier. Pack-up. Ne, ich fliege keine 300.000 Lichtsekunden. Auf gar keinen Fall. Hier unten nochmal. San-tu. Ja. Zum Chomsky-Terminal. Dann lasst uns mal dahin fliegen. So, alles raffiniert rechts oben. Die Infobox, die kriegt sich gar nicht mehr ein. Und ja, 12 Mal Paenit ist rausgekommen. Tatsächlich, das heißt, 12 können wir verkaufen. 10 brauchen wir ja dann bloß. Und ich packe mal unsere sieben Sachen zusammen. Und jetzt müssen wir bloß noch die paar Sprünge überstehen. Das dann aber in der nächsten Folge. Das hat super geklappt. Schöner Abschluss. Perfekt. Und ja, bedanke ich mich bei euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Freitagnachmittag, Freitagabend und ein schönes Wochenende. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und haut rein bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.